Ich habe einen gut gehittet, die haben beide, die haben alle Bälle, die haben alle Bälle. Renn zu mir. Ich komme hier nicht raus, ich bin hinter der Ecke, ich bin versteckt. Hallo und herzlich willkommen zu einem Klown-Video. Heute spielen wir eine kleine neue Runde. Wie heißt das Spiel? Knockout City. Na, das hätte besser klappen können, aber naja. Ich muss sagen, das ist nämlich unser erstes Match, wir haben noch nie gespielt. Wir haben einfach nur das kleine Tutorial gerade gemacht und wir müssen sagen, es ist schon ein bisschen kompliziert, aber wir sollten es glaube ich hinkriegen, oder? Genau, wie hast du noch erklärt, was wir machen? Ich würde sagen, mach du eine kleine Zusammenfassung, wenn du Lust hast. Okay, also es geht im Endeffekt um Dodgeball, ich weiß nicht, ob ihr Dodgeball alle kennt, aber Dodgeball ist quasi Völkerball. Wir müssen uns also mit Bällen treffen in Teams von drei Leuten immer. Oh, da ist einer weg, nice. Oh, ich habe einen richtig gut, glaube ich, gehittet. Ja, ich habe einen gut gehittet. Ja, genau, also wir müssen uns gegenseitig treffen, jeder zwei Leben, außer man schiebt die Leute runter. Wenn die komplett ins Ausfallen, dann sind die auch raus. Und das war das, was ich gerade gemacht habe. Und noch einer raus. Oh, yes. Ah, ich bin so dumm. Alles gut, bei Zinkhaus gewinnt wir die erste Runde. Diese Mine, diese Gro... Oh, lol. Habe ich den auch getötet? Oh mein Gott, wie schlecht das war. Wie schlecht. Ich habe meine einfach fallen lassen, außer sehen, weil er mich umgebracht hat. Und dann ist sie aber trotzdem geplatzen, hat den auch umgebracht. Das Schwere ist halt, dass man die Bälle andrehen kann und so, dass man die auch fangen kann und alles. Da muss man ein bisschen aufpassen, wie man spielt. Nein! Boah, krass. Der macht das gut, der macht das auch gut. Also, wir haben schon gute Gegner, muss man einfach mal so sagen. Ich brauche hier eine Kugel am besten. Ja, ich auch. Hab, hab, hab. Ich habe den gut geredet, glaube ich. Oh, ich habe noch einen. Ey, Trickshots. Trickshots noch einen. Komm, einer noch. Oh, oh, oh. Du hast mich. Du hast mich. Ja, der muss sich lachen. Hast du? Jawohl. Jawohl, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und wir können uns den Ball auch zupassen. Das vergessen wir nur immer. Oha, er ist in der Bombe. Ja, die sind krass, weil wenn die trotzdem auf dem Boden liegen, können wir die trotzdem noch, dann platzen die trotzdem noch. Das war ich nicht. Ja, ich weiß, das habe ich gemerkt. Nein, ich habe voll gegen die Wand geworfen, wieso nun. Ich gehe mal den Ball suchen, ich habe nämlich keinen mehr. Ja, wir müssen halt schauen, dass wir immer beide ein bisschen was haben. Warte. Oh, 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 der hat mich gittet, aber ich glaube, ich ihn auch. Ich glaube schon. Also, das Spiel ist schon sehr nice. Und für die Leute, die es natürlich interessiert, ihr könnt einfach kurzerhand bei Steam, könnt ihr die Beta suchen. Und dann könnt ihr euch da einfach anmelden und dann kriegt ihr das Spiel auch umsonst erstmal. Ich weiß nicht, ob ich mal später was bin. Einfach draufklicken und jeder bekommt das. Also, da, wo Beta-Registrierung steht. Genau, da müssen wir uns auch nochmal bei meinem Bruder. Was ist passiert? Ach, die ist geplatzt? Ja, ist klar, ich wurde richtig getrashed. Ich wurde richtig getrashed. Aber wir müssen uns mal meinem Bruder bedanken, weil er hat das Spiel auch gesehen. Der hat das dann gesagt, komm, lass uns das Direktoren, kleine Aufnahmen machen und hier sind wir. Aber das könnte gerade, glaube ich, schlimmer laufen, oder? Ich weiß nicht, 8,5. Ich habe gut gehalten. Jawohl, ich habe zwei auf einmal getroffen, glaube ich. Ah, ich habe, glaube ich, jetzt auch endlich. Die Sache ist, diese Min, du musst aufpassen, weil die platzen irgendwann. Oh, das war bloß. Das Problem ist halt, dass die... Alter, wir springen einfach zusammen. Ja, Patrick, wo bist du? Hier, ich bin hier. Ich gebe dir zurück. Wo ist der Gegner? Wie in den Weg? Der hat sich voll versteckt. Mein Gott, ich habe den Passagattin. Ich habe den unnormal gut weggemacht. Aber gut, erster Sieg. Erster Sieg. So, wenn wir jetzt die Runde gewinnen, dann haben wir das ganze Spiel eigentlich gewonnen. Das wäre natürlich ganz nett. Ey, weißt du, was wir vergessen haben? Dass unsere Teammates sich auch hier zu diesen Kugeln machen können. Oh, ich habe die Bombe auf ihn geworfen. Ah, der hat mich unnormal gehittet. Ich muss dich ja gleich auch zur Kugel machen. Da kannst du mich einfach werfen. Ja, ich habe ihn fast rausgenockt. Einfach. Das hätten wir vorhin machen sollen, als wir gegen ihn eingekämpft haben. Oh mein Gott, ich bin richtig geflogen. Yes. Ich bin durchgegen diese Gondel geknallt und bin... Uh, einer raus. Jawohl. Wo sind die alle? Da in der Ecke. Und zwei raus. Sehr gut, sehr gut. Wir gewinnen das, wir gewinnen das. Oh, hier ist auch ein Gegner. Ich dachte, das bist du. Wo, 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 wo. Genau neben mir. Jetzt bin ich tot. Ich habe den. Oh mein Gott. Wir sind das beste Spiel der Welt. Falls E-Sport irgendwie was laufen sollte, können die uns gerne Bescheid geben. Ich habe noch einen. Also ich habe den nicht komplett gedötet, aber ich habe den gut gedötet. Ja. Oh, der ist da, wo du vorhin gestorben bist, ist der. Wir bräuchten, wir müssen uns irgendwie dran gewöhnen, ein paar Calls zu machen. Was müssen wir? Wir bräuchten irgendwelche Calls, so Spitznamen und so mal ein bisschen. Ich bin gefallen. Ich bin gefallen. Ich bin einfach alleine. Ich hatte nicht mal Gegner, ich bin einfach runtergesprungen. Ich habe in der Zeit zwei gekillt, alles gut. Wo sind die, wo sind die? Bei unserem alten Spawn. Ey, das ist so schlecht in diesem Ding. Ich bin gerade im Highground. Ich bin jedes Mal gegen diese kleine... Ich höre eine Bombe, pass auf. Ja, das war von mir, die ist mir runtergefallen. Oh. Wo ist die, wo sind die? Ah. Bist du bereit? Äh, wo bist du? Oh, ich habe die geworfen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Nein, das war nicht gut. Und? Das war schlecht. Zweites Mal, jetzt raus. Jetzt. Easy. Wo? Oh nein, bei mir ist ein Gegner. Ich bruch Kühlchen. Wo sind die Bällchen? Er hat mich rausgehauen, aber ich habe ihn einmal geachtet. Ach ja, das geht ja auch noch. Siehst du, wo ich... Ja, genau. Da sind alle, da sind alle. Da ist richtig die Party. Ja, ich versuche gerade noch eine Kugel zu kriegen. Es wird aber eng. Wir müssen... Lass mal zusammen da hin. Als Team. Ich habe die Bombe. Aber hast du eine Kugel? Ja, habe ich die Bombe. Dann komm mal, warte, wo bist du denn? Ja, hier ist einer bei mir. Als ob er auf mich wirft. Soll das ein Witz sein? Wo sind die? Oha. Was denn? Als ob er mir die Bombe ins Gesicht wirft. Ich bin down. Nein, ich habe es voll verkackt. Also ich habe das... Den schlimmsten Wurf des Lebens. Wir dürfen nicht mehr sterben. Ne, ich werde sterben. Ich habe 2 gegen 1. Oh, ich habe einen. Ich habe einen gut gehittet. Die haben beide... Die haben alle Bälle. Die haben alle Bälle. Renn zu mir. Ich komme nicht raus. Ich bin hinter der Ecke. Ich bin versteckt. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Oh, ich habe wieder einen. Ich habe abgelenkt. Schnell, schnell, schnell. Ich habe eine Kugel. Ich habe eine Bombe. Ich habe auch eine Bombe. Ah, nein. So knapp verfehlt. Der letzte Punkt gewinnt. Komm. Wo ist der? Wo ist der? Boah, ich hätte den jetzt runterhauen müssen. Ja. Ja. Jawohl. Ja. Spiel ohne erste Runde direkt. 2-0. Easy go. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Bald kommt ein nächstes Video direkt im Anschluss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.